Und ich bin seine Verlobte. Hi zusammen, es gibt wieder ein lustiges Video von mir. Ich durfte nämlich in einem neuen Video von meinen Freunden von den Noob Town Monkeys mitmachen. Und dort war die Anweisung, so geisteskrank und Crazy Eyes mäßig wie möglich zu spielen. Und da sind natürlich viele lustige, entfallene Szenen dabei. Und die will ich euch nicht vorenthalten. Deswegen geht es jetzt los mit... Drei Arten, geisteskrank nach Kaffee zu fragen. Ist mein Kaffee fertig? Ja, klar. Danke. Frau Euphorisch. Ist mein Kaffee fertig? Ja, klar. Danke. Frau Creepy. Ist mein Kaffee fertig, Schatz? Ja, klar. Geschönt. Später gibt es noch ein größeres Dreck. Frau Notgeil. Das war aber noch nicht alles. Hier sind noch mehr Bloopers für euch. Okay, schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Stellt euch doch mal am besten vor. Hallo. Hallo, ich bin die Chrissy und das ist mein Verlobter, der Marcel. Diese Chance hat unsere Liebe gestärkt. Gestärkt. Immer positiv denken. Aber es hat Marcel dabei gefunden, seine wahre Bestimmung zu finden. Und ich bin seine Verlobte. Aber mit der Hilfe unserer tiefen innigen Liebe konnten wir diesen Kampf angehen und gewinnen. Und seitdem läuft es besser als denn je. Okay, wir lieben uns mehr. Die Liebe ist größer. Ich liebe meine Verlobte. Perfekt. Ich glaube, es hat dabei geholfen, Marcels wahre Bestimmung zu finden. Ah, Mann. Das war das. Oh Gott, Mann. Und ich bin seine Verlobte. Alter. Und das Geld, das wir vom Strom sparen, geht natürlich in unsere Hochzeitskasse. Hi. Hallo, ich bin die Chrissy, das ist Marcel und ich bin seine Verlobte. Ich habe die Macht. Ich habe die Macht. Ich habe die Macht. Ich habe die Macht. Falls euch das jetzt neugierig gemacht hat, dann findet ihr hier das ganze Video von den Noobtown Monkeys und hier gibt es einen ganz, ganz neuen Kanal, da bin ich ziemlich stolz drauf, weil das sind meine Freunde aus meiner Kinoklicke, ja, ich bin jetzt so cool und hab eine Kinoklicke und ich versuche die schon das ganze letzte Jahr zu überreden, dass die endlich mal einen Film-Diskussionskanal eröffnen und das haben sie jetzt gemacht und der Kanal heißt Kopfkino und hier gelangt ihr zu dem ersten Video von den Herren und ich bin auch öfters mal dabei und werde demnächst auch einen Gastauftritt haben und bin auch versteckt in diesem Video zu finden, also würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut, ein Abo da leistet, einen Kommentar und so weiter und ja, der Kanal ist nämlich von den Machern von Vivi und Danny, die findet ihr da drunter nochmal. Falls ihr aber Videos über Schminke sehen wollt, dann findet ihr hier auch verlinkt mein neues Beauty-Favoriten-Video und in dem könnt ihr mich dann wiedersehen, wenn ihr möchtet und demnach sage ich bis dann, tschüss!